So, 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 YouTube, willkommen bei... Hier gibt's alles. Hier gibt's alles bei Kingdom Come Deliverance. Ja, Hallöchen. Unterbricht ja einfach meine Anmoderation. Schämen soll er sich. Ja, wir haben ja beim letzten Mal zwei Groschen an diesen jungen Herren hier verloren. Das war nicht gut. Wir könnten Kampf lernen, aber wir riechen noch gut und sind sauber. Deswegen würde ich mal mit unserer Angebeteten unter der Eichel... Ja, wahrscheinlich eine Eichel. Ähm, Gasthausreden, nicht wahr? Das ist nur eine Dorfbewohnerin. Das waren die beiden Saufköppe. Die interessieren uns nicht. Wir müssen in die Taverne rein. Schön ist es hier. Sehr gemütlich. Was haben wir hier? Können wir hier irgendwas essen, klauen, mitnehmen? Ich frage ja nun mal. Heißt ja nicht, dass wir es tun? Nein, wir wollen es einfach nur wissen. Ich dringe unrechtmäßig ein. Ja, aber nur, weil es jemand sehen könnte. Okay, das ist sogar so krass, dass man da verhaftet würde. Das hier ist alles stehlen. Schade. Dürfen wir hier sein? Okay, hier darf man sein. Na gut, hier ist auch nichts. Außer Dampf an der Decke. Was hier? Okay, das wäre auch... Wenn wir erwischt wären, wäre das zu krass. Das gibt nicht mehr eine Verwarnung. Das Risiko gehe ich nicht ein. Wen haben wir hier? Tobias Pfeiffer. Pfeiffer. Köhler Hubble. Ah ja. Na, das nenne ich auch beschäftigt. Und übrigens... Wer mich kennt, weiß jetzt, wo ich den Krug erhabe. Oder zumindest so einen Krug erhabe, nicht? Es ist halt angelehnt an diese Holzkrüge. Die meisten Krüge sind ja immer... Ich bin froh, dass du da bist. Ja, ist schön. Sind ja meistens aus Ton oder aus Metall oder Horn. Aber ich finde Holzkrüge einfach wesentlich geiler. Und ja, so einen hätte ich gerne. Gibt es ganz schwer draußen. Wenn du Kohle willst, rede mit meinem Handlanger. Ja, ich will Kohle. Ich frage mich gerade... Ach so. Nicht, das ist einer der Öfen. Genau, die haben hier gekocht. Und das habe ich in Bayern auch schon gesehen. Und auf der anderen Seite heizen die quasi den nächsten Raum direkt noch mit dem... Mit dem Ofen, wo gekocht wurde. Und da ist Bianca. Hallo, Bianca. Grüß dich, meine Liebe. Gut siehst du aus. Du auch, mein Hübscher. Was führt dich hierher? Du oder Bier? Deine Schönheit natürlich. Oh, edler Herr. Ich fühle mich geschmeichelt. Was könnte der Werteherr begehren, abgesehen von meiner Schönheit? Lass uns handeln. Erstmal abschrecken, was sie denn hat. Das Leben im Wirtshaus hat sie. Ein Fertigkeitenbutt zum Thema Trinken und Trunksucht. Kostet aber 52. Können wir uns leider nicht leisten. Hätte ich gerne gehabt. Ansonsten nur Verbände, Salami. Eine Retterschnaps hat sie noch. Und das war eigentlich alles, ne? Was können wir hier verkaufen? Sie will gar nichts haben. Das ist schade. Okay. Okay. Oh, das klang schon nicht mehr so gut. Der Deutsche redet Bockmist. Der Deutsche schwingt wieder Reden. Ach, fang nicht mit dem an. Er ist ein guter Kunde, aber wenn es um Politik geht, ist er unerträglich. Wie oft ich ihn und die anderen schon rauswerfen musste, damit sie sich hier nicht prügeln. Nun, er ist heute außergewöhnlich gut in Form. Ähm, Bier für Vater. Ich brauche Bier für Vater. Ein Krug wie immer? Jawohl. Ein Kalten aus dem Keller. Aber natürlich. Gott schütze dich. Ich glaube, das Bier muss ich zum Schluss holen, nicht? Wenn ich jetzt das Bier habe, wird es schade, muss ich nachher nochmal hin. Danke. Das geht auf mich. Du kannst es am Abend wieder gut machen. Ausgeschlossen. Hier. Und heute Abend habe ich noch etwas für dich. Kannst kaum erwarten. Danke. Du kannst dich schon auf heute Abend freuen. 0,2 Groschen hat er weggegeben. Wow. Dieser zwielichtige Kerl hat nach dir gesucht. Waniak? Schätze, ja. Bestimmt ist er einer der ehrliche Wandersleute bestiehlt. Ich bin froh, wenn er verschwindet. Was in drei Teufels Namen hast du mit dem zu schaffen? Wir versprachen, mich im Schwertkampf zu unterweisen. Was würde dir das nützen? Ach, hör auf. Du klingst ja schon wie Vater. Bis heute Abend. Heinrich. Ich habe da etwas Spezielles für dich. Oh, oh. Und was könnte das sein? Dein Lieblingstrunk. Retterschnaps. Ach. Du bist ein Engel. Hoffentlich bedankst du dich später entsprechend. Das werde ich. Fünf Retterschnaps. Mit denen kann man nämlich nur zwischendurch speichern. Finde ich nicht so geil. Sie werden das System beibehalten im Teil 2. Ich bin gar kein Fan davon. Also, es ist eine lustige Mechanik, die optional sein sollte. Aber ich finde sie nur bescheuert. Und das erste, was ich installieren werde, ist ein Mod, der das dann beseitigt. Nicht? Okay. Musst du kurz aufpassen. Nicht, dass ich hier verhaftet werde. Ist halt wahrscheinlich Geschmackssache. Aber ich mag halt... Ich bin jemand, der gerne oft und viel speichert. Weil ich auch die Speicherpunkte von Spielen nicht mag und gerne Sachen experimentiere. Und dann immer einen teuren Retterschnaps dafür einzusetzen für mal nach links stellen, mal nach rechts stellen. Finde ich halt semi-optimal. Also, das nimmt so ein bisschen die Kreativität beim Spielen raus. Und zwingt so nur das zu machen, was auch vorgesehen ist, wo Autospeicherpunkte sind. Und wenig links und rechts abseits vom Spiel zu erkunden. Weil man dann das Risiko hat, dass man nicht gespeichert hat und... Ja, ich bin kein Fan vom Retterschnaps. Sagen wir, wie es ist. Und jetzt sagen wir es erstmal, Kampfmeister Waniek! Hast du dich von der Verletzung gestern erholt? Ja, es ist nichts. Aber meine Mutter bemerkte sie und hatte ein Wörtchen dazu zu sagen. Keine Mutter ist erfreut, wenn ihr Sohn anfängt, sich für Schwerter zu interessieren. Wo Waffen sind, ist auch der Tod. Aber die Frage ist, was willst du? Nicht ewig in diesem Loch dahin siechen. Es kommt mir vor, als gehörte ich nicht hierher. Ich will die Welt sehen, aber das ist gefährlich. Also muss ich wissen, wie man sich verteidigt. Gesprochen wie ein Mann. Und heute ist deine letzte Gelegenheit, da ich fort muss. Also, bereit loszulegen? Äh, na klar. Also gut. Ich warte wie immer beim Schafpferch. Okay. Ich glaube aber, mit dem Bier nicht, dass er warte beim Schafpferch. Wir lassen ihn erstmal hinlaufen. Wenn ich das Bier bringe, das bringt mir nichts. Das muss ich mit der Parierstange abliefern. Und das Bier wird gerade schon Schal. Ich glaube, das ist nicht mehr gut. Das heißt, ich hätte erst die Parierstange holen sollen. Die Sachen, die du wolltest? Noch nicht. Ja. Nein, wie zwei Tölpel. Wie ein Doppeltölpel. Okay, ja. Das heißt, wir müssen nachher eh nochmal ein neues Bier holen. Bedeutet aber auch, können wir das trinken? Wie lange ist das noch gültig? Weiß ich nicht. Ja, wir möchten nämlich erst die anderen Sachen machen. Bevor wir dem Vater helfen, das Schwert herzustellen. Ja, das ist ja die Hauptmission. Wir wollen erstmal alle Nebensachen erledigen. Und jetzt erstmal zum Kampfplatz. Da müssen wir nachher halt nochmal ein frisches Bier besorgen. Oder wir haben Glück und das wird nicht schal, weil es ein Zauberbier ist. Hallo? Ah. Na, kannst losgehen? Na ja. Gut. Und da heute unser letzter Tag ist, wirst du mir alles zeigen, was ich dir beigebracht habe. Aber er hat mir nichts beigebracht. Ich habe alles vergessen. Gut. Beginnen wir mit den Grundlagen. Bleib in Bewegung. Dein Leben hängt davon ab. Gut. Versuch jetzt, mich anzugreifen. Du musst dein ganzes Gewicht in einen Schlag legen. Halbherzigkeit bringt dir nichts. Schlag aus verschiedenen Richtungen zu. Unberechenbarkeit ist der Schlüssel. Wiederhole dich nie. Genau. Genau. Jawohl. Genau so. Nicht schlecht. Nochmal. Das Spitzehende ist zum Stechen. Versuch es mal. Okay. Stechen. So. Jawohl. Zack. Zack. Sehr gut. Gut, sehr gut. Probieren wir etwas anderes. Einen Schlag abzuwehren ist ein Kinderspiel. Viel schwieriger ist es, eine Kette von Angriffen zu parieren. Sobald du einen Treffer landest, hol gleich zum nächsten Schlag aus. Jetzt kapierst du es. Jetzt muss man immer die Richtung ändern. Ah, ich bin nicht schnell genug. Nochmal abwarten. War zu langsam. Sehr schön. Wir sind geborener Schwerkämpfer. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin müde und durstig. Aber vergiss nicht. Arbeite hart an dir. Das ist alles. Ich bin dort über Nacht zum Schwertmeister. Das ist alles, was er uns beibringen konnte. Quasi nix. Das konnte ich auch schon vorher. Wir hatten schon die ersten Faustkämpfe. Nicht mehr einen Stärkepunkt hat es gegeben. Alles Weicheier. Ansammeln wir nochmal ein paar Kräuter. Die können wir auch gleich dann verkaufen. Ich glaube, wir haben auch gleich das ganze Dorf von Kräutern befreit. Acht Tonnen Kräuter einfach im Inventar. Ich weiß noch, im allerersten Mal, als ich das Spiel gespielt habe, wir haben uns hier so totgelacht. Ich hatte Schirmlinge gesammelt. Ich glaube, 500 Stück oder sowas. Einfach aus dem Weg vom Dorf raus am Hang. Und ich stehe auf so einem Weg. Und wollte nur einen Schirmling aus meinem Inventar werfen. Und drücke einfach auf alle Schirmlinge rauswerfen. Und hier fallen dich als Sack raus. Wenn ich Sachen wie Schirmlinge, das sind halt Peze, aus dem Inventar entferne, dann fallen einfach mal alle einzeln aus mir raus. Und das war wie so ein Springbrunnen, der dann in Zeitlupe, weil das Spiel das gar nicht berechnen konnte, aus mir so rausgefallen ist. Und überall lagen einfach diese Schirmlinge auf dem Boden, die ich dann wieder einzeln einsammeln durfte. Das war ein Spaß. Und das ganze Spiel hat gerückelt ohne Sau damals. Weil halt die CPU, die GPU und alles nicht hinterher kam. Ja, deswegen werft nicht Sachen aus dem Inventar raus. Wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, was ihr da macht. Sonst habt ihr danach auf jeden Fall Spaß. Und nein, ich werde das nicht nochmal machen. Es hat Stunden gedauert. Ich weiß nicht, ob das eventuell auch am Spiel selber liegt, dass das halt dann so ruckelt. Und das gar nicht einfach auch vorgesehen ist, dass man so viel rauswerfen kann. Aber normalerweise hätte ich gedacht, da fällt dann so ein Sack raus. Ähm, mit den entsprechenden Pilzen. Ach, schade. Ich kann mich nicht selber an den Pranger stellen. Hallo. Ähm, was brauchen wir noch? Wir müssen jetzt noch die Sachen holen, nicht wahr? Stimmt. Das kriegen wir auch noch hin. So, sie kauft ja keine Kräuter. Was braucht man mehr? Äh, da hinten war der Laden, nicht? Den... Ja, doch, an den kann ich mich erinnern. Aber da war ich selten drin. Händlerin. Okay, ähm, das klingt nicht gut. Wenn jemand sowas sagt, bedeutet das meistens, dass man dreckig ist. Und man vielleicht den ein oder anderen Trog aufsuchen sollte. Saftige Gurken, Spargel und Pflaumen. So. Wir haben ja auch gerade erst gekämpft. Ne? Ähm. Hier muss man aufpassen, dass man nicht aus Versehen das stiehlt. Ist mir auch schon passiert. Lass uns handeln. Gott schütze dich. Jetzt macht sie nämlich keinen doofen Kommentar mehr. So, wir verkaufen ihr die Brennnesseln. Wie viel Geld hat sie denn? 80. Sehr gut. Wir kriegen 6 dafür. Den Baldrian verkaufen wir ihr. Sehr gut. Wir verkaufen ihr das Johanniskraut. Zack. 12 kriegen wir. Die Kamille kriegst du auch noch. So. Den Salbei. 124 Salbei. 50 kriegen wir dafür. Das sind doch mal Preise. Die will ich haben. Ähm. Und das ist alles, was sie haben will. Können wir was von ihr kaufen? Ähm. Sie hat nur Fackeln. Ne braune Steppjacke. Die würde uns Charisma geben. Sichtbarkeit, Auffälligkeit und Geräusche aber verringern. Aber Geschwindigkeit verschlechtern. Okay. Man kann auch hier nochmal rauf gucken. Das ist also nicht schlecht an sich. Aber 154 ist natürlich für uns, selbst mit dem 50, dann haben wir, äh, 70, 80, nicht, ähm, ja, nicht kaufbar. Gegen Mitte, rote Beere, Steinpilze, ne, 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 ähm, dann gehen wir, äh, Warenkorb prüfen und falschen. Lässt sich was am Preis machen? Ja. Wir haben wieder so schwarze Ellenaugen. Das passiert auch öfter mal. Ähm. Wir gehen mal 55, 56, oder? Ist das genug? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Mal gucken, wie sauer sie ist. Ah, schon ein bisschen. 55. Ah, wir müssen hier mehr entgegenkommen. Aber einen kriegen wir noch mehr raus. In Ordnung. Einfach nur für gerade eben gesammelte Kräuter. Wir haben jetzt 78 im Inventar. Hallo. Hallo. Gott segne dich. Achso, sie, doch, warte mal. Lass uns handeln. Haben wir noch was, was wir ihr verkaufen können? Ne, nicht. Die wollte nichts haben. Du da hinten wolltest eventuell noch was. Grüß dich. Lass uns handeln. Na, ich glaub, wir haben Eis verkauft, was wir so gesammelt haben. Ähm. Aber du interessierst mich. Hallöchen. Du hast doch was. Er hat nämlich eine Bötscher-Axt. 35 kostet die nur. Der treue Gefährte. 254. 254. Die Axt hat 24 Heap. Das gefällt mir eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm. Warenkorb prüfen. Ich mein, für 35. Da wären wir aber falschen und ordentlich sparen. Lass uns über den Preis sprechen. Ja, lass uns über den Preis sprechen. Selbstverständlich. Du siehst du alles, was ich brauche. Dein Wechsel geht. Ähm. Wir zahlen nur 32,5. Ja. Weil du's bist. Nur ein wenig mehr. Und wir kommen ins Geschäft. Okay. War gar nicht so viel wenig. 35. Er ist ein runtergegangen. Ist aber noch nicht auf der Hälfte. Er ist schon sehr sauer. Ich geh mal drauf ein. Ich wusste, wir werden uns einig. Schade. Egal. Wir haben eine neue Hauptstufe erreicht. Und wir können nun ausrüsten. Unsere erste Axt. Sehr schön. Kohl. Kohl. Grüner Kohl. 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 Ja, Kleidung. Was hätte er hier? Schneiderzets. Vielleicht hätte ich erst die Axt holen sollen und dann mit dem Herrn da reden sollen. Vielleicht hätte ich ihn dann dadurch eingeschüchtert. So, ich frage mich noch, wo habe ich die Dietriche damals her. bekommen. Aber man muss hier jetzt einbrechen. In das Haus. Das geht natürlich nur, wenn er nicht hier ist. Hm. Jetzt haben wir noch mal ein paar Kräuter so lange. Ist so ein gutes Minispiel für zwischendurch auch. Sobald er läuft, gehen wir nämlich nach vorne. Ah. Ah. Das hier mit dem Fokussieren. Semifunktional. Na, er ist noch da. Dü, 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 dü. Ja, wir sammeln hier nur ein paar Kräuter. Wir warten gar nicht, dass du da weg gehst. Dü, 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 dü. So, niemand ist hier drin. Aus dem Topf essen. Find ich gut. Wir haben Hunger. Du hast keinen Dietrich. Konnte ich ihn bestehlen? Ich glaube, das war es, nicht? Ich musste ihn bestehlen oder so. Der hat den Schlüssel. Wo ist er denn hin? Na, vielleicht nicht hier, wo die Wache das sehen könnte. Das war alles schwer aus Schlossknacken. Da kommen wir nicht ran. Wir haben hier schon alles weg. Oh, ne, ein paar Brennnesseln können wir sammeln. Jawohl. Wegen sind Kräuterkunde noch um eine Stufe erhöht. Sehr schön. Ich hoffe nur, es schlägt halt nicht viel. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas machen konnte, um das zu verbessern. Umhauen. Reden. F ist umhauen. Es gibt Ärger, oder? Ich hoffe, er ist wirklich nur ohnmächtig. Äh, Körper fallen lassen. Äh, plündern. So, wir nehmen nur die Schlüssel. Lass dich nicht erwischen. Lassen wir uns auch nicht erwischen. Äh, wo war die Kiste? Hammer, Nägel. Sehr schön. Kann ich ihm das wieder zurückgeben? Äh, was haben wir denn? Quest-Gegenstände, sonstiges. Äh, Quest-Gegenstände. Kune Schlüssel. Verschieben. Türschlüssel, nicht? Okay, das kann ich ihm nicht geben. Äh, der ist einfach, einfach betrunken. So, mehr, mehr hatte er ja auch nicht hier, oder? Ach, ist das ein schöner Tag zum Pflanzen-Sammeln. Und er liegt da zwischen seinen Hühnern. Hat er verdient, oder? Hat er verdient. So ein Sack. Eigentlich war es selbst Justiz. Ich frage mich, warum man nicht die Wachen einschalten könnte. Das fände ich zum Beispiel für ein Spiel, ähm, heutzutage noch eine, äh, schöne Lösung, wenn man da noch eine dritte Option hätte, nicht? Nicht eine gewalttätige und eine, die auf Glück basiert. Okay, du kriegst noch die Kräuter. Es ruckelt ein bisschen, habe ich im Gefühl. Wahrscheinlich, weil ich zu viel Pflanzen gesammelt habe. Ähm. Okay, verkaufen. Die Brennnessel nochmal verkaufen. Aber, warum? Das sind doch... Hm. Verstehe einer, wer will. Warum sind die Sachen denn geklaut? Das sind doch unsere. Aber geschenkt. Äh, Warnkorb. Falschen. Immer schön falschen. Einfach nur, um es zu trainieren. Selbstverständlich. Und wenn wir nur ein halbes immer rauskriegen... Ah, schon sehr viel. Machen wir einen Sechs. Zufrieden? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Boah, was? Er ist uns nicht mehr entgegengekommen. Zufrieden? Kommt und seht euch um. Na dran. Geh noch ein bisschen runter und Hand drauf. Da schlag ich zu. Wow. Okay. Ähm. Haben wir alles gemacht? Wir gucken mal. Wir müssen das Bier holen und die Parierstange. Das war es eigentlich. Also Bier haben wir, aber ich glaube, das Bier ist nicht mehr frisch. Und wir haben uns ein bisschen überfressen. Wir haben das Schweinesymbol unten bekommen. Nicht gut. Oh, hier sind auch noch Pflanzen. Ja, aber... Ich meine, wie viel Gold haben wir? Ich weiß gar nicht, ob wir das da alles behalten. 45 haben wir noch. Da können wir unsere Axt auspacken. Zack. Niedrige Werte. Was? Wunderbare Axt. Ähm. Kann ich... Ja, steck bitte weg. Okay. Nicht, dass ich dir außer Seelen umhaue die Wachen. Hallo. Janik oder Jaroslav? Ähm. Gott sei mit euch. Und mit dir, Heinrich. Wie geht's dir? Der Deutsche denunziert dem Wirtshaus, äh, im Wirtshaus den König. Ich war eben im Wirtshaus. Der Deutsche zerriss sich über den König das Maul und meinte, Siegesmund sollte König sein. Der Bastard. Eines Tages schlägt ihm einer die Zähne ein, wenn er nicht die Klappe hält. Äh, aber ich bin wegen der Parierstange eigentlich hier. Vater schickt mich. Wir schmieden Herrn Ratzis Schwert und der Kämmerer hat die Parierstange. Vater ließ sie in Sasau gravieren. Ja, hier ist sie. Der Kämmerer gab sie uns. Haben Sie angesehen? Hervorragende Arbeit. Sowas Feines habe ich noch nie erblickt. Kannst kaum erwarten, das Schwert zu sehen. Verpfusch es ja nicht. Wann habe ich jemals etwas verpfuscht? Ja. Wann? Wo soll ich anfangen? Was? So hat er uns auch gefälligst anzusprechen. Angeber. Okay. Ich würde sagen, wenn wir Glück haben, reicht das noch mit dem Bier. Die Sachen, die du wolltest. Ja. Die Pferdepisse. Geh und hol ein neues. Und das zahlst du selbst. Du meid kostet. Tja. Wir haben wirklich eine Weltreise mit dem Bier gemacht. Ja, wir haben halt ein paar Kräuter gepflückt und so. Wir müssen wieder ein paar sammeln, nicht? Das ist immer... Wir brauchen die Kräuter, damit wir halt eine höhere Charisma-Stufe haben. Und dann verkaufe ich sie, damit ich mehr Geld habe. Es ist ein Teufelskreis mit diesen Kräutern. Wer die erfunden hat, hat auf jeden Fall alles richtig gemacht in diesem Spiel. Wir werden mehr Gras sehen als alles andere. In den Topf geben. Okay, hier hinten waren wir schon, oder? Oh ja, beim Hüpfen muss man aufpassen, dass man nicht irgendwo landet und dann sich dadurch einen verknacksen Knöchel einfängt. Wir haben sogar Hopfen hier, der wächst. Oh, da sind schon wieder Schafe. Weg mit euch! Könnte ich die Schafe eigentlich einfach umhauen? Okay, wir können nichts mehr mit ihr reden. Weg mit euch! Hier kommt der D-Zug! Larry, der Zug ist unterwegs! Der Bidde! Okay! Heinrich, schön, dass du da bist! Bequem und schön anzusehen! Ich habe eben ein Gefühl, ich habe irgendeine Quest mit irgendeinem Mann und seiner Frau noch nicht gemacht. Da gibt es noch irgendwas. Da kann man zuhören und dann... Weil er... Warum ist er hier, wenn wir nichts mit ihm machen? Okay, das Bier ruhe ich jetzt noch nicht bei ihm. Mit denen habe ich noch nicht geredet. Ist der Vogt? Guten Tag! Guten Tag! Die interessieren sich nicht für uns. Ich fand es auch sehr schön, damals das ganze Dorf von Brennes hin zu befreien. Von dem Unkraut. Bisschen Ordnung schaffen, nicht wahr? Guck mal, wie das hier wächst. Da tun sich die Leute noch weh. Wir tun ihnen ja auch was Gutes damit. Außerdem entlastet das auch die Grafikkarte, wenn weniger Pflanzen zu Rändern sind. Kann ich das, was ich von dem Kunisch hab, vielleicht hier verkaufen? Nimmt er das? Du erhältst. 2,4. Der hat nicht genug Geld? Naja, seht ihr? Dem ist das nämlich egal. Dann können wir es dem nämlich einfach verkaufen. Dann bin ich es nämlich los. Da habe ich die Scheiße nicht im Inventar. Werter Herr, ich möchte euren Kunisch stehlen. Ich möchte nochmal mit Ihnen handeln. Glück und Gesundheit. Ein letztes Mal. Möchte ich Ihnen meine Brennnessel darbieten. Ein bisschen Kamille. Und noch etwas Löwenzahn. Und natürlich gesunden Salbei. Wie sehen Sie das? Stimmen Sie mir dazu? Ich könnte sogar die Axteurer verkaufen. Das gibt nämlich alles gut Redekunst. Wir könnten nämlich auch runtergehen. Dann würden wir zum Beispiel auch durchaus Rufgewinn machen und sowas. Also so kann man auch agieren. Gerade wenn man sehr viel oft Kräuter verkauft und die Händler eh kaum Geld haben, kann man eh weniger verkaufen oder runtergehen. und denen quasi ja Trinker geben und dann freuen die sich natürlich. Aber muss groß genug sein. Ich glaube zwei Thaler oder so. Ja komm hier. 12,5. Ah, da ist er doch schon gut draufgegangen. Ja, machen wir 12. Ist genau in der Mitte. Oh oh, jetzt ist er wahrscheinlich schon ein bisschen grantelig. Ja, okay. Da schlag ich zu. Rechen, Spaten, Heugabeln, Äxte. Alles um Mutter Natur zu müssen. Gut, jetzt frisches Bier. Immerhin haben wir noch mal 11 Thaler mitgenommen. Nicht für ein bisschen Brennnessel sammeln. Das geht so schön schnell. Bier, wohlbe... Wie hübsch du bist, Liebhaber. Bitte was? Ich wollte nur Bier. Ach, das sehe ich. Was gibt's? Ich brauche noch ein Bier. Das andere war Vater nicht kalt genug. Soll ich es dir holen? Jawohl. Und ein Lächeln von dir. Und ein Lächeln. So, so. Ja, bitte. Danke. Das geht auf mich. Du kannst es am Abend wieder gut machen. Ausgeschlossen. Hier. Und heute Abend habe ich noch etwas für dich. Wie interessant. Ich kann's kaum erwarten. Wenn ich kein Geld dabei hätte, dann könnte ich wahrscheinlich das Bier in der ersten... Antwort schon gar nicht auslösen, ne? Aber wenn ich jetzt kein Bier, also kein Geld gehabt hätte, hätte ich hier 0,2 Groschen aus Nix gegeben. Hm. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Ja, der Heinrich kommt. Heinrich hat... Eilig. Vater will Bier. Naja, ihr Schafe. Wurde auch Zeit. Hast du alles, worum ich dich bat? Ja. Ja, Kohle, die Parierstange und Bier. Wir können anfangen. Gut gemacht. Packen wir es an, Junge. Gut gemacht. Ah, in der Schmied ist immer so heiß. Alles klar. Dann lass mal sehen, was der Meister in Sasau da für uns gemacht hat. Hm. Sieh dir das mal an, Junge. Das ist echte Handwerkskunst. Was bedeutet diese Gravur? Wenn ich das wüsste. Könnte Latein sein, aber sicher bin ich mir da nicht. Herr Ratz, ich wollte es so. Ja, das wird das schönste Schwert meiner gesamten Schmiedjahre. Hast du die Holzkohle? Gut, heize die Äse an und dann setzen wir alles zusammen. Endlich schmieden. Endlich mal was Richtiges machen hier. Ach, übrigens. Mir hat jemand einen Besuch abgestattet. Und ich vermute, du weißt ganz genau, warum. Nein, weiß ich nicht. Hm, wirklich? Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass du und deine Freunde dung auf das frisch gesäuberte Haus des Deutschen geworfen habt. Er war vorhin mit dem Büttel hier. Und das war kein Freundschaftsbesuch. Was ist denn in dich gefahren? Dieser Deutsche hat Unfug über Sigismund und den König rum erzählt. Er hat bekommen, was er verdient hat. Bekommen, was er verdient hat, ja? Du wirst diese Sauerei beseitigen, hörst du? und dich bei ihm entschuldigen. Ich muss hier ein Geschäft führen und der Deutsche zahlt verdammt gut. Dass du so einen Mist baust, hilft mir nicht wirklich weiter und dem König am wenigsten. Verstehst du? Ja, klar. Sag's mir ins Gesicht. Ja, hast du verstanden? Ja, verstanden. Gut. Dann werden wir so ein Gespräch nie wieder führen. Also hältst du es für richtig, unseren König in den Dreck zu ziehen? Und so machte sich der Junge zum Narren und zeigte, dass er seine Lektion wohl immer noch nicht gelernt hatte. Der Deutsche redet also Unfug. Na und? Willst du deshalb zu einem Verbrecher werden? Du magst einen Kampf vielleicht mit Gewalt gewinnen, aber niemals einen Streit. Merk dir eins. Wenn du jemanden überzeugen willst, dann nur mit Worten, nicht mit Fäusten. Sagte der Schmied. Der Ofen ist soweit. Gut, dann machen wir den Griff. Ich bringe es zum Glühen und wenn ich es rausnehme, setzt du den Griff so auf, dass er passt. Aber das kennst du ja alles schon. Na klar kennen wir das. Dann mal los. Mutig, dass er keine Handschuhe anhat. Das war's. Fertig. Schleif ihn ab, bis er gut in der Hand liegt. Ich bereite die Parierstange vor. Vater, wieso hast du Prag verlassen? Hm. Ich hab noch nie von einem Meisterschmied gehört, der einem kleinen Kaff-Hufeisen herstellt. Ich hatte meine Gründe. Und hier hab ich deine Mutter und dich. Warum sollte ich woanders hin wollen? Erinnerst du dich noch an König Karl? Natürlich. Ein gutes Leben während seiner Herrschaft. Besser als jetzt? Er errichtete halb Prag und jede Menge Burgen, baute eine Brücke über die Moldau und gründete eine Universität. Und das alles ganz ohne Krieg. Er wusste, wie man regiert. Besser als Wenzel, ja? Ja, bei weitem besser. Aber Wenzel, er hat es nicht leicht. Es ist schwer, in die Fußstapfen von jemandem zu treten, der vielleicht alle tausend Jahre nur einmal geboren wird. Und was ist mit Sigismund? Denkst du, Karl wäre wie Sigismund mit einer Armee in sein eigenes Land eingefallen? Nein. Wenzel mag seinem Vater nicht ebenbürtig sein. Aber Sigismund, der entehrt die königliche Familie. Wie kommst du voran? Gib mal her. Jetzt setzen wir alles zusammen. Klong. Das ist ein Schwert. Es ist wundervoll. In der Tat, das ist es. Gott segne euch. Mein Vater schickt mich wegen der Nägel. Guten Tag, Theresa. Sie liegen bereit. Würdest du sie bitte holen, Heinrich? Sie liegen in der Truhe in der Stube. Ah, die haben wir schon. Heinrich, geht's dir gut? Ähm. Oh. Oh. Guck mal, wir können unsere Axt noch schmieden. In der Himmel, bist du schwerhörig? Äh, treten. Ja. Tut mir leid. Der Wurs hat den Verstand verloren. Mehr Druck. Ah. Und hier vom Winkel. Ah. Ah. Der Wurs hat den Verstand verloren. Okay, dann reden wir mal mit dir. Mit Theresa. Der Wurs hat den Verstand verloren. Und hol diese verdammten Nägel. Danke. Und wie geht's Bianca? Ähm. Gut. Ähm. Warum fragst du's? Ach, nur so. Werdet ihr heute Abend zum Reigen gehen? Werden wir. Vielleicht sehen wir uns dort. Wie auch immer. Ich will dich nicht aufhalten. Das Schwert ist wirklich schön. Ein feines Mädel. Hör auf, sie anzuglotzen. Sieh dir lieber das an. Es ist Zeit für die Feuerprobe. Die Feuerprobe. Wir haben ganze Arbeit geleistet. Wie nicht anders zu erwarten von solch einem renommierten Schwitschmied. Diese Tage liegen hinter mir, Herr. Doch dein Geschick ist dir geblieben. Möchtest du es mal schwingen? Herr, was nützt einem normalen Bürger ein Schwert? Lass es ihn versuchen. Endlich dürfen wir auch mal ein Schwert haben. Nicht nur aus Holz. Du hast noch viel zu lernen. Frag deinen Vater, ob er es dir beibringt. Er weiß, wie es geht. Sein Handwerk zu erlernen wird ihm wesentlich mehr nützen. Ja, möglich. Aber wer weiß schon, was die Zukunft noch so alles für uns bereithält. Wie ich sehe, ist es beinahe fertig. Ich muss es nur noch polieren. Dann wird Heinrich es dir bringen. Exzellent. Ausgezeichnete Arbeit. Wirklich schön. Ein Schwert wie dieses wird seinem Träger wahrlich Ehre bescheren. Herr Ischtwan? In der Tat, Herr Ratzich. Hätte ich so eines in Nikopolis gehabt, wären die Dinge vielleicht anders verlaufen. Natürlich. Es ist wirklich seltsam, einen derart fähigen Schmied an so einem Ort anzutreffen. Ein Mann mit seinen Fähigkeiten könnte ohne Probleme in Prag oder Wien sein Geld verdienen. Das stimmt. Aber das ist eine lange und sonderbare Geschichte. Ich würde sie mir sehr gerne bei einem Kelchwein anhören, aber die Pflicht ruft. Und ich muss leider weiterziehen. Bitte sehr. Lerne von deinem Vater. Er ist wahrlich ein Meister seines Fachs. Gewiss kurzen sich unsere Wege erneut. Da bin ich mir sicher. Sobald es fertig ist, soll dein Sohn es zu mir bringen. Gute Arbeit, Martin. Herr. Ja. Endlich haben wir mal gute Arbeit geleistet. Es war mir eine Ehre, Herr Ischtwan. Mögest du sicher nach Sasau gelangen. Die Ehre ist ganz meinerseits, Herr Ratzich. Danke für die Gastfreundschaft. Eine lange und seltsame Geschichte? Seither ist viel Zeit vergangen. Vielleicht erzähle ich sie dir mal, aber heute noch nicht. Bringst du mir bei, es zu führen, wie Herr Ratzich sagte? Wieso? Halber Film. Ja, könnte nützlich sein. Vielleicht bereise ich die Welt, bevor ich sesshaft werde. Ich würde gern mehr sehen, als nur die Schmiede und die Schenkel. Weißt du, was der Haken am Abenteuerleben ist? Es könnte vorbei sein, bevor es anfängt. Ich kann dir zeigen, wie man ein Schwert führt. Das hilft dir aber nicht, wenn dir jemand einen Pfeil in die Brust jagt, sobald du einen Fuß vor die Tür setzt. Klingt so, als sprichst du aus Erfahrung. In meinem Alter hat man viel erlebt. Schmied ist vielleicht nicht der glorreichste Beruf, aber er hat auch seine Vorteile. Wie zum Beispiel seinen Kopf behalten. Ich möchte mein Leben in Skarlitz beenden. Dort, unter dem Lindenbaum, an der Seite deiner Mutter. Ja, ich auch, eines Tages. Aber zuerst will ich die Welt sehen. Möchte neue Menschen treffen. Treffen oder vermöbeln? Treffen. Musst du jetzt darauf herumreiten? Dann gibt es keinen Grund für dich kämpfen zu lernen. Ja! Oha. Oh, oh. Vielleicht war das doch keine Kühlerei am Horizont, die brannte. Oh, oh, oh.